Hallo Leute, es ist mal wieder euer Lenio. Es hat sich einiges getan bei mir privat und das wirkt sich jetzt auf meinen Channel aus. Kurz und gut, ich bin umgezogen. Ich bin ausgezogen. Ja, egal. Also, hat euch auch nichts interessiert. Ich habe keinen Zugriff auf meinen Rechner momentan, weil ich hier nur mein Laptop dabei habe. Und auf Tournee bin, könnte man so sagen, für drei Monate. Ähm, vielleicht sogar noch mehr. Man weiß es nicht. Es steht alles noch offen. Die Welt ist offen. Naja, egal. Folge dessen kann ich natürlich meinen jetzigen LPs nicht mehr folgen, weil ich A, die Safestead-Attack nicht mehr hätte. Selbst wenn ich die Spiele hier hätte und Homo Trigger fange ich nicht nochmal an und DK Country spiele ich nicht ohne Maze. Da ist es nicht mal halb so gut. Vom Spaß. Für mich. Und für euch. Alles klar. So. Ähm, das LP mit Maze, also DK Country 2, würde ich jedoch sehr gerne an Wochenende nachholen. Das ist jetzt direkt an dich, Maze. Schreib mich am besten einfach an. Ja, doch. Schreib mir eine PN über YouTube. Auf meinen YouTube-Channel gucke ich regelmäßig nach. MSN und Skype. Tut mir leid. Erstmal nicht. Wir müssen gucken. Dann muss ich nämlich erstmal nach Hause. Also, altes Zuhause. Daheim bei meiner Familie. Ähm, und, ja. Das müssen wir mal schauen. Ähm, nichtsdestotrotz werde ich, äh, weil ich selber Spaß daran habe und weil ich gemerkt habe, es gibt sogar Leute, die mir in meiner Stimme gerne lauschen, wenn ich mich von Spielen aufrege, werde ich, ähm, einige nur bekannte Spiele spielen, ähm, weil ich einfach nichts anderes auf meinem Rechner habe. In meinem Laptop. Und ich habe noch einen, ach ja, das habe ich fast vergessen zu sagen. Äh, ich habe noch einen sehr begrenzten Internetzugang, nämlich das Internetcafé hier in der deutschen Region. Ähm, deswegen wird es, äh, regelmäßig, aber zu unkonventionellen Zeiten und, äh, ähm, ich weiß noch nicht, wie ich das mache, aber ich werde wirklich oft und viel hochladen in dieser Zeit. Denke ich. Hoffe ich. Fühle ich. Wie auch immer. Ähm. Ähm, ja, ich bin ein bisschen durch die Arbeit hier. Ja, egal. Ähm, ähm, deswegen wundert euch nicht, äh, wenn ich zu unkonventionellen Zeiten hochlade, keine Ahnung, oder so in total komischen Abständen oder irgendwie ganz viel am Stück. Ich werde insgesamt so hochladen, dass es demgleich kommen würde, wie wenn ich, äh, äh, zu Hause an meinem Rechner sitzen würde und jeden Tag zwei Folgen hochladen würde, sowas. Das ist so ein Schnitt, den ich erreichen möchte. Ähm, was gibt's noch zu überrichten? Ja, ich werde die Top Ten meiner Spiele, die ich hier drauf habe und die noch nicht ausgenutzt oder exklusiv genug LP'ed wurden, spielen. Das wären größtenteils keine Blinds, könnt ihr euch denken, das ist, naja, es werden keine. Weil, ähm, ja, pfff, macht keinen Sinn, das zu sagen, dass es mein Lieblingsspiel ist, wenn ich es nicht kenne, ne? Denkt mal drüber nach. Also, jetzt ist es natürlich, äh, die Top Ten, äh, meiner PC-Spiele LP'en, die noch nicht LP'ed wurden, in einem Maße, wo ich sagen würde, boah, das ist aber geil. Nämlich, äh, zum Beispiel, Fangweiler, Mero-Hase, äh, 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 wen gibt's noch, Mexican Day, äh, so, solche Leute. Wenn die das LP'ed haben oder, irgendwie, großartig LP'ed haben, irgendwelche anderen Leute, dann, ähm, wenn ich nicht spiele, nicht spiele. Kurz und gut, ähm, dieser Channel wird weitergeführt, Leute. Das Abo müsst ihr nicht rausmachen. Pfff, 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 ähm, es wird sogar ein 20-Abo-Special geben. Da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, aber da wird was kommen. Ähm, macht, lasst euch einfach gespannt sein. Ich werde vielleicht sogar hier noch direkt das hochladen, wenn ich im Café bin. Internet-Café. Hm, ja. Leute, das wird lustig, aber es wird seltsam. Und ich hoffe, ich kann euch trotzdem Freude bereiten. Ähm, das Ankündigungsvideo ist jetzt hiermit vorbei. Wir machen alle unser Kreuz. Bis die Tage. Viel Spaß.